Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal bei Mika Caravan in Dingesbühlen. Heute habe ich mal ein kleines, spezielleres Thema. Weniger in die Technik in der praktischen Version, sondern eher in der theoretischen Version. Einfach aus dem Grund raus, weil ich immer wieder Telefonate führe und Anrufe bekomme. Ich möchte gerne eine Solaranlage, zwei Platten. Ja, dann sage ich, was soll denn das machen oder wie soll das denn funktionieren und was wollen Sie denn damit bezwecken? Letztlich stellt sich dann immer die Frage, Autargie, ich möchte autark stehen. Doch ich möchte autark stehen ist ja ein sehr, sehr weitläufiger Begriff in einem Wohnmobil. Was bedeutet denn autark? Was brauche ich dafür? Wie autark möchte ich denn wirklich sein? Und wie rechne ich das richtig aus? Und wie beraten wir euch? Oder wie kann ich mir selber Hilfestellung geben? Was brauche ich denn dann alles für Elemente, sprich Bauteile, um meine gewünschte Autargie zu erreichen? Aber da muss ich mir im Vorfeld eben erst einmal ganz viele Gedanken darüber machen. Welche Autargie in welchem Bereich und wie soll die Autargie für mich ausschauen? Und genau deswegen habe ich mir gedacht, machen wir hier mal ein kleines Video drüber. Und ja, ich habe da ein bisschen was vorbereitet und ich glaube, da setzen wir uns einfach dazu hin. Mein Knie dankt das auch nur ein bisschen. Aber apropos Knie, auch hier möchte ich mich bei euch ganz, ganz, ganz herzlichst bedanken für die vielen, vielen Genesungswünsche von euch. Also wirklich mega top. Ich will nicht sagen, ihr helft doch. Ihr helft mir wirklich, weil das so schön ist und motivierend ist, dass das alles schon wieder super geht und schon fast besser ist wie vor der OP. Also muss ich echt sagen und dafür ganz, ganz lieben Dank. Ihr seid echt spitze. Aber jetzt schauen wir uns mal auf unserem Platz um, was ich da vorbereitet habe. und wir starten in die Thematik Autargie. Los geht's. So, jetzt habe ich es mir hier mal ein bisschen bequemer gemacht und hier tut es ein bisschen schöner mit euch reden und da kann man sich ein bisschen besser unterhalten. Autargie. Kapitel 1. Mal schauen, vielleicht gibt es noch Kapitel 2, damit das Video nicht so lang wird. Ich glaube, die Autargie weiß ja jeder, den Begriff einzuschätzen. Unabhängigkeit. Freiheit. Jeder verbindet ein bisschen was anderes damit, aber letztlich stellt es ja dieses dar. Für uns aber in Wohnmobil oder als Wohnmobilist ist ja die Autargie auch sehr wichtig, möchte ich sagen, um eine grenzenlose Freiheit mit unseren schönen Fahrzeugen erleben zu können und zu dürfen. Doch ist das manchmal nicht ganz so einfach. Denn ich stelle dann immer die Frage, in welchem Sektor wie autark möchte man denn sein? Wie lange wollen wir denn unabhängig sein? Das ist ja schon mal die erste Frage. Wie viele Tage möchte ich freistehen, ohne dass ich irgendwas von außen benötige? Weil das ist hundertprozentige Autargie. Zwei Tage, vier Tage bis fünf, sechs, sieben Tage. Wobei, da kommt man dann schon an den Punkt, bei fünf, sechs, sieben Tage, man muss natürlich immer berücksichtigen, den limitierenden Faktor WC und Wasser. WC kann man mittlerweile gut unter Kontrolle kriegen, auch in Richtung Autargie. Ihr wisst, ihr habt alle das Video von Markus von Fan4Van gesehen über die Glesana-Toilette. Er hat ja das Video auch gemacht über Trockentrennen, Glesana, sprich Verbrennungstoilette und standardisierte Kassettentoilette, was da dementsprechend in die Autargie gehend ist. Und ganz tolles Video übrigens, muss ich wirklich sagen. Und da stellt es ja auch richtig raus, zum Beispiel mit einer Glesana wachse ich unwahrscheinlich in die Autargie. Denn ich mache mein Geschäft, ich nehme den Beutel, schmeiße den in die Restmülltonne. Ich bin unabhängig, ich brauche nur eine Restmülltonne, das ist aber alles. Jetzt kommt aber dann noch der limitierende Faktor Wasser dazu. Wasser haben wir meist 100 Liter, 150 Liter, je nach Fahrzeug, je nach Größe. Und auch hier, jeder verbraucht eine andere Menge. Manche von euch haben auch hier Wassersysteme an Bord, gibt es ja auch schon, mit Umkehrosmose und so weiter und so fort. Auch hier kann man dann in die Autargie gehen. Aber darum geht es uns jetzt gar nicht. Das würde ein bisschen zu weit führen. Ich bin ja mehr in der speziellen Ecke Solartechnik, Lithium-Akku, Wechselrichter, Ladebooster zuständig. Beziehungsweise sind wir da ein bisschen in der Ecke unterwegs. Aber auch hier spielt ja eine ganz wichtige Rolle, wenn ich jetzt sage, ich möchte vier Tage einfach frei stehen können, ohne dass ich Einfluss von irgendwas brauche oder mich anstecken muss an irgendeinen Strom oder ich irgendeinen Generator anschmeißen muss oder weiß der Teufel. Dann kommt ja von mir als erstes immer die Gegenfrage, nicht was brauche ich dafür, sondern was brauchst du denn alles als Kunde? Denn in der Autargie muss ich ja dann den Strom berechnen. Und dafür schauen wir uns jetzt mal schnell eine Tabelle an, wo ich auf Excel vorbereitet habe und wie man sich sowas relativ einfach ausrechnen kann. Lasst uns mal gucken. So, hier habe ich eine kleine Tabelle vorbereitet und zwar geht es um 12-Volt-Verbraucher. Denn die 12-Volt-Verbraucher, die hier auf der linken Seite stehen, das sind ja unsere Begleiter. Vielleicht habt ihr auch wesentlich mehr davon, da muss man natürlich noch mehr hinzufügen. Vielleicht habt ihr auch weniger, da muss man welche wegnehmen. Aber diese Verbraucher haben hier die Wattzahl entsprechend und hier die Leistung entsprechend, sprich in Ampere. Das heißt, dann kommen wir hier zu der Zeit, wo wir noch einschätzen müssen, wie lange läuft denn der einzelne Verbraucher. Damit wir eine grobe Einschätzung, und ich sage jetzt bewusst eine grobe Einschätzung kriegen, wie viel Stromverbrauch haben wir denn binnen 24 Stunden. Das ist eben wichtig zu berechnen, damit ich das weiß. Und dafür muss ich erst mal so eine Tabelle mir machen, um festzustellen, wie viel Strom das einzige Gerät braucht, wie lange es läuft, um dann letztlich hier unten unter dem Strich festzustellen, also diese Geräte in diesen Zeiten mit dieser Leistung und so weiter, hier in Watt, hier in Ampere und dann hier in Amperestunden, brauchen 55,49 Amperestunden. Das gleiche gilt dann weiter oben in der nächsten Tabelle für 220, 230 Volt Geräte, die über den Wechselrichter laufen, wo man dann noch einmal für den Wechselrichter einen Eigenbedarf dazurechnen muss, plus, minus 10 bis 15 Prozent. Und dann haben wir hier unsere Verbraucher wieder stehen, wo wir hier dementsprechend haben, jetzt Kaffeemaschine, Föhn, dann hier wieder die Wattzahl, also ist jetzt egal, ob das stimmt oder nicht, das ist jetzt hier nur ein Muster, dann hier wieder in Ampere, hier wieder die Zeit, wie lange es läuft und schwuppdiwupp, habe ich hier wieder einen Verbrauch stehen von 18 Amperestunden. Jetzt gehe ich noch weiter. Viele von euch haben ja dann auch die berühmten E-Bikes, die ja auch eine wichtige Rolle spielen. Auch die darf man natürlich nicht verlaglässigen. Hier habe ich mal ein Muster gemacht. Zum Beispiel ein E-Bike mit einem 550 Wattstunden Akku hat bei 14,4 Volt oder 12 Volt, muss man dann dementsprechend ausrechnen, einen Verbrauch von 0 auf voll geladen von 38 Amperestunden. Das sind so die wichtigen Zeiten, damit ich ein Gesamtergebnis kriege. So, in unserem Fall habe ich hier einen Verbrauch, einen Gesamtverbrauch pro Tag von 112 Amperestunden. Dann möchte ich jetzt eine Solaranlage haben. Die nehme ich jetzt hier oben, zum Beispiel bei 250 Watt Solaranlage, sind dann 900 Wattstunden, sind circa wieder 70, 72 Amperestunden, wo ich wieder reinbekomme, in der Bestzeit. Also hier sehen wir jetzt schon, das driftet ziemlich weit auseinander, weil das ist ja immer Idealwetter, den ganzen Tag Sonnenschein und jetzt kommt der Punkt, ist es auch wieder abhängig davon, wo reise ich denn überhaupt hin? Mehr südlich, mehr nördlich und so weiter. Welche Platten habe ich drauf? Weil auch das sind ja alles nur, wie sagt man, alles nur, ja, so Mittelmaße. Also es ist alles nicht immer hundertprozentig exakt, weil das kann man ja auch nicht hundertprozentig exakt ausrechnen. Darum muss man ja auch immer einen hohen Prozentsatz mit aufschlagen. Also will ich jetzt diesen Verbrauch täglich wieder reinholen, muss ich hier schon mal mehr Solar machen, weil das wird sonst ein Minusgeschäft. Letztlich wird es ja sowieso durchs Wetter, aber ich würde jetzt fast sagen, hier gehen wir mal auf zum Beispiel 300, dann haben wir ungefähr 86 Ampere, gehen wir mal auf 400, dann haben wir ca. 115. So, jetzt haben wir ein Nullspiel, das heißt, ich bekomme von meiner Solaranlage genauso viel, wie ich verbrauche. Pro Tag, im Idealfall. Jetzt muss ich ausrechnen, wie viele Tage möchte ich denn autark stehen. Bei 112, wenn ich das als Nullspiel mache, immer ideal ist, dann würde mir rein theoretisch ein 150 Ampere Akku reichen und dann würde ich immer unendlich stehen können. Pustekuchen. Weil ich habe ja nicht immer den Idealfall. Also, wenn ich jetzt zwei Tage Regen habe und habe einen 150 Ampere Akku, ist nach einem Tag Schluss, ist schon vorbei. Also bei dem Verbrauch würde ich jetzt Minimum einen 300 Ampere Stunden Akku empfehlen, sodass ich Minimum meine zwei Tage, weil ein bisschen was kommt ja dann doch noch von der Solaranlage, aber so Minimum meine drei, vier Tage eben stehen kann. Und das ist jetzt alles nur ein Muster. Ich habe mir jetzt hier mit den ganzen Formeln hinterlegt, eben so eine Tabelle gemacht, damit man das mit den Kunden miteinander ausrechnen kann und dann dementsprechend eruieren kann. Aber ich sollte mir eben bei dem Wunsch in die Autarkie im Vorfeld schon klar sein, welche Geräte möchte ich betreiben? Was geht denn mit auf die Reise? Föhn, Kaffeemaschine, vielleicht noch ein Wasserkocher, vielleicht noch ein Thermomix. Nutze ich die Geräte wirklich? Und dann kommt natürlich noch ein ganz hoher Prozentsatz X als Sicherheit dazu, denn das ist heute, vielleicht kommt ja dann doch mal noch ein anderes Gerät dafür dazu und dann sollte die Rechnung ja immer noch grob funktionieren. Also muss man ja auch Sicherheiten einbeziehen. So rechne ich mich dann so langsam in die Autarkie. So viel zur Tabelle. Jetzt gibt es natürlich auch noch viele verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, ich kann mir einen Standardwechselrichter verbauen, so wie er hier steht, der für alles gut ist. Eine Kombi, der 2000 Watt hat, der alle Geräte gut betreiben kann. Ich kann natürlich auch wie hier für E-Bikes einen kleinen 300er, vielleicht sogar einen 600er verbauen, der dann natürlich wesentlich weniger Eigenstrombedarf hat und kann mit sowas arbeiten, wenn es nur um ein paar E-Bikes-Akkus geht. Oder, wie auch letztlich der Markus vorgestellt hat, ich arbeite hier mit so einer Powerbank, mit einer großen. Die hier zum Beispiel ist vom Camper Tobi. Die hat er mir mal kurz zur Verfügung gestellt. Hoppla, jetzt schauen wir mal, dass wir die wieder ins Bild kriegen. Entschuldigung. Die hat er mir mal kurz zur Verfügung gestellt, weil ich dafür so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Also hier muss man schon, wenn man sich für sowas entscheidet, empfehle ich euch wirklich, kauft was Vernünftiges. Denn in dem Fall, es wird hier ganz viel angeboten, wo man die Unterschiede nicht so klar definieren kann. Was ist wirklich gut, was ist wirklich schlecht, wie ist es in der Dauer. Hier hat man ein Camper Tobi, ein wirklich nicht so schönes Erlebnis. Ich zeige euch auch mal kurz, was hier passiert ist. Wir haben hier einen Netzteilanschluss, wo dann das ganze Thema geladen wird. Das ist ein handelsübliches Netzteil, wo da dabei ist. Wir haben jetzt das aber mal aufgemacht, weil das nach kurzer Zeit eben immer wieder verflucht heiß worden ist. Und wupp, siehe da, hier schon mal eine leichte Brandstelle entstanden ist. Und das ist dann schon auch wieder gefährlich. Also hier warne ich euch wirklich vor China billig. Ich will nicht sagen Schrott, aber vor Billigteilen zu kaufen. Denn das ist wirklich eine Geschichte, wo man aufpassen muss, weil das hätte auch noch anders ausgehen können. Ich habe es live erlebt, das Ding, das Gehäuse wird wirklich so schweineheiß, bis er jetzt letztlich gar ausgestiegen ist. Und das ist schon kurz vor Entflammung. Wenn er dann noch ein bisschen das Kugeln anfängt und liegt auf einem brenngünstigen Bezugstoff, dann geht es hier richtig zur Sache. Also hier wirklich aufpassen. Aber grundsätzlich hat ja auch der Markus Fan4Van in seinem Video hier ein paar Sachen vorgestellt. Und die Alternativen, wie man mit so einer Powerbank oder Powerbox umgehen kann, in die Autarkie hingehend. Aber auch da ist natürlich das Limit gesteckt. Auch hier zählt natürlich wieder unsere Tabelle im Vorfeld. Was möchte ich betreiben? Welche Leistung brauche ich? Und wie groß muss das ausgelegt sein? Weil die Dinger sind natürlich schon allein größentechnisch schnell an ihrer Kapazität. Weil Lithium-Akku, Wechselrichter, alles was da drin ist, funktioniert natürlich nicht. Weil wenn man hier die Komponenten jetzt im Einzelnen sieht, hier sieht man einen Wechselrichter, hier sieht man einen Lithium-Akku mit 100 Amperestunden. Und das Ganze ist hier kompakt zusammengefasst, noch dazu mit Display. Also ist schon so eine Sache, wo ich persönlich, das ist aber mein ureigenstes Thema, jetzt nicht ganz so begeistert bin. Im Vanlife-Thema ist das natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Da schaut die Welt wieder ganz anders aus. Da kann so eine Powerbank, Powerbox echt von Nutzen sein und auch wirklich viel bringen. Aber das ist eben alles sehr individuell gestreckt. Und darum habe ich diese Tabelle vorbereitet, wo man genau ermitteln kann, wie viel Solar, wie viel Wechsel, nee, nicht wie viel Wechsel, sondern wie viel Lithium macht denn für mich Sinn? Dann bekomme ich oft die Frage, ja, ich habe jetzt 300 Amperestunden Lithium, reicht das für meine Solaranlage? Oder ist meine Solaranlage zu groß oder zu klein für den Lithium-Akku? Auch hier ist es grundsätzlich so, dass es ja zwei verschiedene Themen sind. Solaranlage hat ja erst mal nichts mit dem Lithium-Akku zu tun. Der Lithium-Akku ist ja nur ein Speicher. Natürlich ist es, je mehr ich speichern kann, desto größer wird meine Autarkiekapazität, weil, wenn mein Speicher immer voll ist, umso länger habe ich was davon, ganz klar. Die Solarplatte füllt ja nur meinen Speicher. Das ist aber ganz egal, ob ich jetzt 1000 Liter Fässer mit einer Mineralflasche fülle oder mit einem Gartenschlauch oder mit einem Feuerwehrflauch. Das Einzige, was unterschiedlich ist, mit der Mineralwasserflasche dauert es länger, mit dem Gartenschlauch geht es etwas schneller und mit dem C-Rohr von der Feuerwehr ist das Ding ratzfatz voll. Das ist auch wieder der Unterschied. Wie schnell möchte ich denn die Lithium gefüllt haben? Das hängt dann davon ab, wie viel Solar habe ich. Das wiederum ist abhängig, wie viel Platz habe ich auf dem Dach. Also ihr seht schon, es sind viele, viele Komponenten aneinandergereiht, um da das richtige Maß für einen zu finden, was kein Problem ist, immer machbar, aber man muss viele Dinge hinterfragen. Und ich sensibilisiere euch jetzt einfach und warne euch, eigentlich schon fast, vor überschnelle Aussagen bei Wohnmobilkäufen. Ich möchte mir ein Wohnmobil kaufen, gehe gerade zum Händler und ja komm, machen wir mal noch das Solarpaket mit. Halte ich gar nichts davon, weil das Solarpaket, was beinhaltet denn das Solarpaket? Ja, zwei Platten, 200 Watt. Was mache ich damit? Ihr habt ja gar keine Vorstellung, für was reicht es jetzt? Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, ein Verkäufer von einem XY-Wohnmobilhändler rechnet euch das nicht vor, weil er es gar nicht weiß oder die wenigsten wissen. Ich will es da nicht alle über einen Kamm scheren, sondern die möchten einfach hier die Pakete verkaufen und dann ist gut. Und das finde ich leider ein bisschen schlecht, weil ich sage, Solar, Lithium, Wechselrichter soll ja auf eure Bedürfnisse abgestimmt sein. Es muss ja für euren Urlaub passen, für euer Wohnmobil, für eure Belange. Und es gibt kein Allround-Ausrüstung, gibt es einfach nicht. Weil der eine hat E-Bikes dabei, der andere hat einen E-Roller dabei und der nächste hat nur einen Gaskocher einstecken und hat gar nichts mit E dabei und hat nicht mal ein Handy. Und alle wollen drei Tage autark stehen. Der eine hat aber einen Verbrauch von 200 Amperestunden, wo der andere vielleicht 10 Amperestunden braucht. Der eine hat einen Kompressorkühlschrank, der andere hat einen Absauberkühlschrank. Auch da liegen schon gewaltige Unterschiede und, und, und. Der nächste hat Ruder, LTR-Antenne, Hightech-Fernseh, Beamer dabei, Thermomix und Föhn und Toaster und Wasserkocher. Der nächste hat gar nichts dabei. Also auch hier merkt ihr, bitte lasst euch nicht einfach irgendwelche Solaranlagen aufs Dach bauen mit irgendwelchen Mutmaßungen. 100 Watt reicht so und so lang. Nein, wirklich aufpassen, Leute. Das Geld ist wirklich meist umsonst ausgegeben, weil ich erlebe es ja tagtäglich hier. Ich habe zwei Platten auf dem Dach, bringen leider nichts. Hat mir der Händler verkauft, ich schaue dann die Platten an. Es sind dann relativ günstige Platten, meistens für 150, 200 Euro. Also, ich will jetzt nicht sagen, ja, die funktionieren natürlich, aber die funktionieren halt nicht so, wie wenn man Autargie richtig ausrechnet und die richtige Platte für den richtigen Zweck, für den richtigen Einsatz nimmt. Da liegen halt schon gewaltige Unterschiede. So, jetzt habe ich wieder genug gewafelt. Ich glaube, wir müssen doch noch einen Teil 2 machen irgendwann, weil es war jetzt schon ziemlich viel Information wieder über unsere Autargie. Ja, ihr seht, es ist schon echt ein gewaltiges Thema, was da auf einen zukommt, wenn man mit so einem schönen Fahrzeug wie hier einfach frei in der Natur stehen möchte und für sich das zugeschnittene Setup in die Autargie gehend dabei haben möchte, installiert haben möchte oder verbaut haben möchte. Es sind einfach zu viele Komponenten in der heutigen modernen Zeit, wo da eine Rolle spielen. Das Camping hat sich verändert. Wir sind immer einfach unterwegs mit dem Zelt und einem kleinen Campingkocher, sondern wir sind hier mit Hightech unterwegs. Wir sind mit Geräten unterwegs. Wir wollen ja unseren Luxus, den wir zu Hause haben, in unseren vier Wänden auch mitnehmen und hier in diesen kleinen Räumen genießen. Mit Recht, wir haben es uns ja alle verdient. Wir gehen alle arbeiten, wir sind alle fleißig. Auch das sind Lebensträume, die wir uns erfüllt haben mit viel schweißtreibender Arbeit. So soll das auch dann alles funktionieren. Und da nochmals mein Appell, lasst euch das vernünftig ausrechnen. Nicht nur wegen mir oder nicht nur, weil es Arbeit macht oder toll ist, sondern weil es nötig ist. Weil es einfach wirklich nötig ist. Es kann nicht sein, dass man einfach irgendwas pauschal macht. Das funktioniert nicht. Das ist einfach nicht richtig. Das funktioniert nicht. Wenn ihr Klamotten kaufen geht, dann geht ihr ja auch nicht ins Regal. 100 Jeans, ihr kauft, zieht eine raus und geht direkt zur Kasse und bezahlt die. Ihr müsst die ja erstmal anprobieren, ob die euch A gefällt und B, ob die euch passt. Und genau so ist es hier. Es muss passen. Das ist ein A und ein O für unser Camping, weil wir wollen Spaß haben. Wir wollen mit dem Fahrzeug losfahren und wir möchten uns nicht in die Gedankenwelt stürzen müssen. Reicht mir das? Geht das? Schaffe ich das? Geht jetzt meine elektrische Zahnbürste zum Laden oder nicht? Kann ich mir morgen noch die Zähne putzen? Funktioniert reicht der Strom noch für die Heizung? Ist es alles richtig? Damit muss Schluss sein. Damit müssen wir dementsprechend richtige Bedarfsanalysen auf die Welt setzen. und dass das richtig ausgerechnet wird und ihr, der Camper, Spaß hat damit. Das finde ich wirklich ganz wichtig. Das liegt mir auch wirklich am Herzen. Darum bin ich auch immer so extrem mit meiner Begrifflichkeit Bedarfsanalyse, wo die allerwenigsten Händler draußen, ich spreche immer von Wohnmobilhändlern, aufpassen. Werkstätten sind da ein bisschen anders. Aber auch Werkstätten gibt es da leider nicht immer nur tolle Sachen. Aber ich finde, da tut sich schon ein bisschen was. Nur wir müssen wirklich gucken, dass man eine Bedarfsanalyse macht. Eine richtige Bedarfsanalyse. Und dann kann man sagen, okay, für dich ist die Platte gut, für dich ist dieser Akku gut, für dich ist dieser Wechselrichter gut. Oder die Powerstation mag sein. Oder eine Falt-Solartasche, die man besser irgendwo hinstellt mit 200 Watt. Auch das kann ausreichen oder eine tolle Ergänzung sein. Es gibt so viele Möglichkeiten heute, wo man sich zur Hilfe nehmen kann und sich zu Nutzen machen kann, um das Camping für sich mega genial zu gestalten und richtig Spaß zu haben. So, liebe Leute, das war's. Ich bin fertig mit meinem kleinen Video. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen sensibilisiert für Dinge, für das Thema Autarkie und für Dinge, die ihr euch eventuell noch anschaffen wollt. Lasst es euch anständig ausrechnen. Passt auf, was man euch verkauft. Und rechnet vielleicht mal mit einem Spitzenstift nach, ob das alles so sein kann und ob das für euch vor allen Dingen passend ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, in dem Sinn bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war dieses Mal nicht zu langatmig. Über ein Like freue ich mich natürlich. Genauso wie über ein Kommentar von euch. Erzählt mir eure Erlebnisse. Seid ihr zufrieden mit dem Setup, was ihr habt? Seid ihr zufrieden mit dem, was euch verbaut wurde? Oder habt ihr Defizite? Oder vollständig zufrieden? Finde ich nämlich auch unheimlich toll zu lesen. Wenn Camper einfach richtig Spaß haben und gut unterwegs sind. Und das würde mich brennend interessieren. Schreibt es bitte in die Kommentare rein. Ich lese alles und antworte natürlich auch dementsprechend. Die Zeit nehme ich mir eigentlich immer relativ regelmäßig. Und ja, darauf freue ich mich ganz besonders. In dem Sinn, über ein Like natürlich genauso. Und wenn ihr wieder ganz verrückt seid, auch gern über ein Abo von euch. Das finde ich richtig geil. Damit auch das so ein bisschen widerspiegelt, was ich hier mache. Ob das euren Nerv trifft und für euch auch das Richtige ist. Ganz lieben Dank. Bleibt gesund. Herzliche Grüße aus Dinkelspül. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.